...die AfD in weiten Ländern solche hohen Ergebnisse erzielt hat. Also das Ergebnis der AfD ist natürlich für uns dramatisch. Und ich sage, das ist wirklich das größte Problem, das wir haben, auch für die Demokratie. Die AfD hat immer versucht, das Land zu spalten. Und deswegen muss man jetzt sehr klar auch dagegenhalten mit einer Mehrheit. Mit einer Mehrheit im Landtag natürlich, aber eben auch mit einer Mehrheit in der Gesellschaft. Das ist mir übrigens auch wichtig, dass die AfD eben keine Mehrheit in der Gesellschaft hat, trotz dieser starken Wahlergebnisse. Vielen Dank.